In PowerPoint gibt es eine sogenannte Zoom-Funktion und die wird hier ganz kurz gezeigt. Als erstes gehen wir auf den Reiter Einfügen, dann hier auf Zoom und wir fangen mit dem Zusammenfassungs-Zoom an. Und hier wählen wir die Folien, die wir hier entsprechend angezeigt haben wollen. Ich wähle hier mal alle aus. Die erste Seite, die lasse ich aus. Ich sage Einfügen und nach dieser aktuellen Seite erstellt sich automatisch eine neue Folie mit diesen Folien, die in dieser Präsentation drin sind, die ich vorhin ausgewählt habe. Und jetzt schauen wir uns mal an, wenn wir die Präsentation starten. Ich klicke hier einfach mal und dann sieht man schon, hier geht man praktisch die Folien durch, vergrößern sich. Mit dem nächsten Klick verkleinern sich wieder die Folien, man hat dann wieder die Übersicht. Auch die Animationen funktionieren von den Folien und dann hat man hier wieder den Überblick. Für den nächsten Abschnitt, also Abschnitts-Zoom, brauchen wir vorher eine leere Folie. Das geht hier unter Start, neue Folie, leer. Und dann probieren wir das aus. Einfügen, Zoom, Abschnitts-Zoom. Ich wähle jetzt hier mal nicht alle aus, also die Startseite und den Abschnitt mit der Zusammenfassung natürlich nicht. Jetzt mache ich mal nur diese drei Folien hier. Das sage ich Einfügen. Die fügen sich hier da so ein. Erst auf die Seite klicken und dann kann man sie entsprechend verschieben. Verschieben. Dann starten wir sie mal. Hier haben wir wieder die Übersicht. Wenn man dann draufklickt, werden die groß und beim nächsten Klick wieder klein. Und das geht natürlich auch durcheinander. Also es folgt keiner Reihenfolge. Die letzte Möglichkeit, nochmal eine neue Folie, Start, neue Folie, leer, einfügen. Jetzt nochmal auf Einfügen, Zoom, Folien-Zoom. Und hier wähle ich jetzt mehr Folien aus. Das ist halt, das ist die Übersicht. Die lassen wir natürlich weg. So, jetzt haben wir alle. Das sagen wir Einfügen. Jetzt verteilen sich die natürlich entsprechend. Und es sind mehr Folien. Ich verteile die jetzt mal einfach so im Raum. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich die Präsentation starte. Ich gehe jetzt da einfach mal drauf. Und man sieht dann schon, bei jedem Klick springt man dann von Folie zu Folie. Und geht praktisch die Präsentation da entsprechend durch. Okay. Okay.